Was nicht jeder weiß, Axel Zwingenberger besitzt den Honecker-Zug und zwar einen echten Train, einen echten Zug. Ja, das war der Regierungszug der DDR und der stand vor einigen Jahren unmittelbar vor der Verschrottung. Und ich habe gedacht, das ist ein Stück deutscher Geschichte. Das ist der Zug, mit dem sich 1970 der damals ostdeutsche Regierungschef Willi Stoof mit dem Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland mit Willy Brandt getroffen hat. Damals konnten sich diese Staaten, weil man sich gegenseitig nicht anerkannt hat, konnte man keine Staatsbesuche machen. Und da hat man dieses Mittel gewählt, dass man einen sozusagen Diplomatenzug genommen hat, so exterritoriales Gebiet quasi. Und die haben sich dann einmal in Erfurt im Osten und einmal in Kassel im Westen getroffen. Und es ist das letzte Mal eigentlich gewesen, dass ein Zug oder in diesem Fall zwei Züge, der Salonzug des Westens und der des Ostens, dass die eine solche politische Bedeutung hatten. Und wie es die Zeitläufe nach dem Mauerfall so ergeben haben, ist der Westzug eben zum Teil ins Museum gewandert. Und der Ostzug sollte der Verschrottung einheimfallen. Und das fand ich irgendwie ungerecht. Und dann habe ich eben das Glück gehabt, das Ganze als Schrott zu erwerben. Das ist mittlerweile Kulturdenkmal des Landes Sachsen-Anhalt. Viel Arbeit, das wieder aufzuarbeiten, zu restaurieren. Aber es ist gelungen, diesen Zug eben doch vor der Verschrottung zu bewahren. Und ja, man hat ja sonst nichts zu tun. Man weiß natürlich, dass Axel Zwingenberger sich mit Dampferzügen beschäftigt. Er hat auch ein sehr bekanntes Buch geschrieben, das ein Bestseller wurde. Jetzt sind wir beim Thema Österreich. Hier kämpft man auch um Kleinbahnen, um Dampfzüge. Speziell geht es jetzt in Österreich um die Ipstalbahn. Und du bist der einer, der diese Sache und auch die Betreiber und die Freunde der Ipstalbahn zumindest mental unterstützt? Ja, es ist für mich natürlich schade zu sehen, wie so etwas geopfert werden soll. Meiner Meinung nach relativ kurzfristigen Interessen. Man sollte sich vielleicht dessen bewusst sein, dass das eine große Seltenheit ist, so eine Kleinbahn. Also ich erinnere mich noch, also so in den 50er, 60er Jahren wurden speziell auch in Deutschland viele von diesen Bahnen eigentlich fast alle, vor allem im Westen abgeschafft. Man hat dann da Straßen verbreitet und so weiter. Hatte alles eine durchaus plausible Begründung. Aber es war eben so, dass damit etwas komplett verloren gegangen ist, was man dann anschließend nur noch aus Bildbänden gekannt hat. Und als nach 1989, nach der Wiedervereinigung, eben halt in den ostdeutschen Gebieten, in den neuen Bundesländern, man den Tourismus entwickelt hat, da war man sehr dankbar dafür, dass dort etliche von diesen Schmalspurbahnen eben nicht abgerissen worden waren. Die waren zu DDR-Zeiten unter Denkmalschutz gestellt worden und wurden auch nach wie vor im täglichen Betrieb betrieben. Viele davon in Sachsen, einige im Harz und auch oben an Rügen und so an der Ostseeküste. Und die haben sich als Tourismusmagneten herausgestellt, weil die Leute natürlich diese Art der Fortbewegung mit einer Dampfbimmelbahn mit höchstens 30 Kilometer pro Stunde, Stichwort Entschleunigung, sehr dankbar annehmen. Und mittlerweile ist so etwas ein touristisches Pfund geworden. Und ich finde das irgendwie nicht nur generell schade, wenn so etwas verschwindet, aber ich glaube auch, dass man da längerfristig Alleinstellungsmerkmale für eine Gegend aufgibt, wenn man eine solche Bahn eben abreißt. Also für die Eisenbahnfans und sozusagen Romantiker in Westdeutschland vor dem Mauerfall war Österreich mit seinen Schmalspurbahnen immer ein Ziel, weil es da noch existierte. Es sind in landschaftlich unglaublich schönen Gegenden, fährt eben so eine gemütliche Bahn durch die Gegend. Und ja, also es wäre schade, wenn das verschwindet. Du bist ja selbst da auch einmal mit der Ibstahlbahn gefahren. Könntest du den Freunden, die dafür kämpfen, noch ein motivierendes Wort mit auf den Weg geben? Ja, die Bahn gehört ganz einfach ins Ibstahl. Es ist eine wunderbare Strecke. Ich erinnere mich noch hochromantisch das Ganze. Und ich weiß ja auch, dass das so geblieben ist bis heute. Und ich finde es toll, wenn er dafür kämpft, dass das weiter besteht. Vielen Dank.